Hallo und herzlich willkommen beim Beatmaking.de Podcast. Heute zu Gast ist Aljoscha Sieg von Pitchback Consulting. Aljoschas Experte für die Vermarktung von Tonstudios, doch nicht nur das. Er ist außerdem selbst studierter Tontechniker und hat sich selbst einen Namen gemacht. Unter anderem hat er mit Electric Callboy, ehemals Eskimo Callboy, zusammengearbeitet. Und ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Paul. Ich freue mich sehr drauf. Und Pitchback Consulting ist ja nicht nur zu Gast heute in Form von Aljoscha, sondern auch unser neuer Partner. Wir von Beatmaking.de haben es uns ja zur Aufgabe gemacht, Musikern und Produzenten dabei zu helfen, erfolgreicher zu werden. Und genau deshalb möchten wir allen Produzenten Pitchback Consulting wärmstens ans Herz legen. Warum genau und wie Pitchback Consulting dir dabei helfen kann, deinen Umsatz zu steigern, erklärt Aljoscha am besten höchstpersönlich. Ja, Pitchback Consulting ist tatsächlich die erste Unternehmensberatung, die ganz speziell für Tonstudio-Betreiber und für Producer von mir begründet wurde. Das basiert jetzt auch nicht auf irgendwie grauer Theorie oder irgendwas, was ich mir ausgedacht habe, sondern basiert komplett auf meinem eigenen Berufsleben, auf meinen Erfahrungen als internationaler Musikproduzent. Und was wir da machen, ist wirklich eine ganzheitliche Betreuung von mittlerweile über 380 Tonstudios aus allen erdenklichen Genres, auch aus dem B2B-Bereich, also sprich Werbefilmproduktion und insgesamt auch Filmvertonung. Und wir betreuen die Leute bei den Themen wie Marketing, Vertragsrecht, den ganzen Sales-Bereich, also alles, was wirklich das Thema Business betrifft und haben da wirklich sehr, sehr geile Ergebnisse und betreuen die Leute auch live dabei, wenn es wirklich um die Umsetzung geht und konnten da sehr vielen Leuten jetzt dabei helfen, eine Selbstständigkeit aufzubauen und davon hauptberuflich auch zu leben. Das macht sehr viel Spaß auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch das, wovon viele Leute träumen, von der Musik wirklich nur alleine leben zu können. Aber bevor wir jetzt weiter über dieses ganze Musik-Business-Thema reden, lass uns doch erst mal zurückspringen und über deine Anfänge reden. Mich würde interessieren, wie bist du aufgewachsen und wann war deine erste Berührung mit der Musik? Also Musik, würde ich sagen, hat schon eigentlich ein Leben lang eine ganz große Rolle gespielt. Es trägt einen so durch die guten und weniger guten Zeiten auch so ganz gut durch. Ich habe dann relativ früh im Teenager-Alter mit Schlagzeug angefangen, habe in diversen Bands gespielt. Immer eher so, ich sage mal, im rockigen Bereich, auch so in Metal immer wieder reingeschnuppert, aber ich komme eher so aus dem rockigen Hardcore-Bereich sozusagen. Habe auch ein paar Hip-Hop-Bands tatsächlich gespielt und so, also war da als Live-Drummer mit am Start. Hat sehr viel Spaß gemacht und immer, wenn es dann um die Aufnahmesituationen ging, klar hat man dann erste Studio-Erfahrungen hier und da gesammelt und ich habe das dann selber einfach so als riesengroße Leidenschaft entdeckt. Und ich glaube, so mit 17 oder 18 habe ich so die ersten auch schon bezahlten Jobs dann so als Engineer gemacht, habe auch Live-Sound gemacht, aber bin dann mehr wirklich in diese Studioschiene geschlittert. Habe das Ganze dann studiert und habe dann anfangs mehr schlecht als recht versucht, eine Karriere daraus aufzubauen. Und dann erst später hat es dann richtig Fahrt aufgenommen und dann konnte man was darauf aufbauen. Also so ein bisschen wie bei mir. Bei mir war das eigentlich auch so gewesen. Ich habe Musik aus Leidenschaft gemacht und dann kam irgendwann natürlich die Notwendigkeit. Hey, wir wollen irgendwie was aufnehmen und wir wollen natürlich auch, dass die Leute unsere Musik hören. Und da muss es gut klingen. Und da ist genauso auch bei mir dann die Begeisterung für die Tontechnik entstanden. Ja, das hat eigentlich auch schon meine nächste Frage beantwortet. Und was mich dann jetzt interessieren würde von den Anfängen der ersten Produktion sozusagen, dann zu den Anfängen von Pitchback Studios, was du ja auch gegründet hast, da würde mich halt interessieren, wie waren da so generell deine Erfahrungen? Hast du da so eine Anekdote, so wie viele Produzenten, die ersten Kunden, man hat total die falschen Erwartungen oder die Kunden haben falsche Erwartungen und versuchen den Preis zu drücken. Hast du da so eine Anekdote, die du uns erzählen kannst aus der Zeit? Also ich glaube, dass ich gerade so in der Anfangszeit natürlich alles erlebt habe, was jeder auch erlebt hat. Also sprich, Leute, die gewisse Vorstellungen haben oder Bands kommen dann ins Studio, die sagen, die geben dir dann gewisse Referenzen, die halt totales Weltklasseniveau sind und können selber die Instrumente aber kaum bedienen. Oder das Songwriting ist letztlich noch gar nicht an dem Punkt. Und als junger Engineer ist man natürlich auch noch schneller zu verunsichern und man denkt, das liegt an den eigenen Skills, dass man bestimmte Punkte noch nicht erreicht. Und was ich am Anfang ganz viel gemacht habe, war mit Leuten so querbeet aus allen Musikrichtungen zu arbeiten. Und ich habe dann immer versucht, mich in die Musikrichtung sehr schnell jeweils reinzufuchsen, habe aber gemerkt, hey, da tut sich immer so eine komplett neue Welt auf. Da ist eine ganz andere Ästhetik plötzlich gefragt. Dann fehlen mir vielleicht hier und da einfach die Samples oder die VSTIs oder was man dann dafür braucht. Und habe dann gemerkt, dass es a, viel einfacher wird und b, sehr viel einfacher ist, einen professionellen Weg aufzubauen, indem man halt das Ganze, ja, mal selber eine Entscheidung trifft und sich mal anfängt zu spezialisieren, eben auf eine gewisse Stilistik. Also kann man sagen, du hast eigentlich genau die gleichen Fehler durchlaufen, wie ich und viele andere wahrscheinlich auch da draußen. Und du hast jetzt gerade schon angeschnitten, du hast dich ja dann so ein bisschen mehr auf diese Post-Hardcore- und Rock-Sachen konzentriert, wahrscheinlich auch aus persönlichem Interesse, wie du erzählt hast, weil das das ist, was du gerne selbst gehört hast. Und denkst du, diese klare Positionierung war auch so ein Wendepunkt in deiner Karriere, die dazu beigetragen hat, dass das Ganze dann erfolgreich wurde? Würde ich jetzt im Nachgang ganz klar sagen. Ja, damals war es natürlich auch ein bisschen angstgetrieben, das Ganze. Die meisten Leute, die dann, ich sag mal, alles aufnehmen oder alles mischen und produzieren, haben ja immer die Angst, okay, wenn ich mich jetzt entscheide, dann fallen ja diese drei, vier, fünf Kunden direkt weg, die ich vielleicht aus ganz anderen Musikrichtungen habe. Da ist es sehr wichtig, so ein bisschen mittelfristiger bis langfristiger zu denken. Wenn man wirklich eine ernsthafte Karriere aufbauen möchte in dem Bereich, spielt das eine ganz, ganz große Rolle, eben positioniert zu sein, auch spezialisiert zu sein, weil A, wird man immer besser in diesem Bereich. Das heißt, man baut die Karriere wirklich mehr in die Tiefe auf als in die Breite. Und das führt dann langfristig dazu, dass du mit immer besseren Kunden arbeitest, selber professioneller wirst, der Name sich in einer bestimmten Szene mehr und mehr rumspricht. Und ich sag mal, was einen stabilen Aufbau von Umsätzen oder wirklich von einem Geschäft betrifft, ist das auf jeden Fall unverzichtbar, diesen Weg dann zu gehen, ganz klar. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieser Trugschluss, den man halt oft hat. Man denkt so gerade am Anfang, ich muss ja alles annehmen, irgendwie jede Hand, die mir gereicht wird, muss ich greifen und ich muss jetzt in jedem Bereich irgendwie was machen, jede Anfrage annehmen. Aber damit man, dass man sich da selbst total mega unglücklich macht und auch wahrscheinlich nicht die maximalste Zufriedenheit bei den Kunden hat, ist, glaube ich, eine Sache, die ich auch so gelernt habe und die ich so auf jeden Fall unterschreiben würde. Lass uns doch gleich mal bei dem Thema Positionierung bleiben. Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, warum so eine krasse Positionierung eigentlich so wichtig ist und nicht nur für Tonstudios, sondern auch zum Beispiel für Künstler, also für Bands? Auf jeden Fall. Ich meine, der Punkt ist ja so ein bisschen, bei einer Band oder beim Künstler hat es ja auch ganz pragmatische Gründe. Also das ist ja so, wenn du auf dem Plakat dann mit mehreren Leuten stehst, wenn es dann um irgendwie Konzerte oder auch etwas größere Konzerte geht, wird ganz, ganz oft ja immer die Musikrichtung allein schon dazu geschrieben. Ja, und wenn die einfach völlig undefinierbar ist, völlig unklar ist, ist es echt schwer, an Konzerte oder gar jetzt Booking-Agenturen oder Ähnliches zu kommen, um dann mal wirklich zu sagen, okay, dazu passt jetzt der Künstler, den können wir hier mit reinpacken. Oder auch, um das Ganze mal im Social Media zu betrachten, allein was so Spotify-Playlists oder so betrifft, die sind ja Themen oder Genres einfach zugeordnet. Und allein da ist es ja schon wichtig für sich selber, wie ich es eben meinte, eine klare Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, dafür stehen wir jetzt. Das ist das, was wir jetzt als Künstler sozusagen auch wirklich auf- und ausbauen möchten. Und da möchten wir jetzt Gas geben in dem Bereich. Und letztlich dieses Positionierungsthema, um es nochmal aus der Business-Seite jetzt zu betrachten, es gilt eigentlich für jede Selbstständigkeit. Ja, ich meine, es gibt zum Beispiel, es gibt Social-Media-Agenturen wie Sand am Meer. Ja, aber es gibt ein paar hochspezialisierte Social-Media-Agenturen. Es gibt welche, die sagen, okay, wir machen exakt Werbung für Autohäuser, wir machen exakt Werbung für Hotels oder für Touristik oder so. Und man sieht es immer an den Zahlen von den spezialisierten Leuten oder spezialisierten Agenturen, dass die einfach die allgemein Aufgestellten immer outperformen. Ja, und im Studio-Bereich ist es ganz genauso. Letztlich ist es so, du kannst schon, ich sag mal, ein bisschen ein Grundrauschen in Form von Einkommen generieren, auch als Allrounder-Studio. Ja, aber du wirst niemals in eine gewisse Liga vordringen von Künstlern. Und das ist die Liga, wo es erst echt anfängt, richtig Bock zu machen. Ja, es geht nicht darum, irgendwie, was heißt ich, dann sofort goldene Schallplatten sammeln zu müssen. Wobei das cool ist, ja, aber das ist jetzt nicht das Primärziel. Sondern es geht halt wirklich darum, dass dieses Limit sozusagen nicht mehr ist und dass du einfach ernster genommen wirst in einer gewissen Szenerie. Und wie ich es eben auch meinte, der andere Punkt oder die andere Seite der Medaille ist ja, dass du wirklich an deinen Skills arbeitest. Das wäre so, als ob Cristiano Ronaldo immer wieder übt, im Tor zu stehen. Ja, das ist vielleicht mal ganz lustig, aber es bringt ihm halt gar nichts. Ja, der muss halt wirklich üben, die richtigen Winkel zu haben, an seiner Kondition zu arbeiten, perfekten Pass anzunehmen, um dann das Tor eben zu schießen. Und so sehe ich es halt eben auch. Und ich meine, jeder Engineer kommt ab einer gewissen Liga von potenziellen Bands oder Künstlern vielleicht auch mal in die Position, mal an einem Shootout teilzunehmen. Ja, sprich, ein Künstler oder eine Band oder deren Label sagt, ey, wir schicken das an sechs Leute und gucken, wer es am geilsten macht. Und der kriegt dann sozusagen den Zuschlag. Und wenn du über Jahre als Allrounder arbeitest und plötzlich, sagen wir mal, im Bereich Modern Dance, gegen fünf Leute antrittst, die Tag und Nacht nichts anderes machen, übers Jahr hinweg an 60, 70, 80 Produktionen arbeiten, nur in dem Bereich, die werden dich halt komplett sozusagen von der Spielfläche treten, weil die einfach komplett trainiert sind auf diesem Bereich. Und allein aus der Hinsicht macht es Sinn, sich so früh wie möglich zu spezialisieren und dann wirklich Gas zu geben und da richtig, richtig gut drin zu werden in seinem Stil. Ja, sehe ich genauso. Und meine nächste Frage wäre, was würdest du sagen, wie findet man seine Positionierung? Ich habe das schon so ein bisschen zwischen den Zeilen rausgehört. Also eigentlich war deine Positionierung letztendlich ja das, was deine Leidenschaft war. Ich bin auch ein Freund davon, den Leuten halt zu sagen, hey, macht doch halt das, was ihr wollt, weil ich das Gefühl habe, viele Leute, also sowohl Musiker, die selber Künstler sind, aber auch bei Produzenten, die versuchen irgendwie das halt zu machen, was vielleicht gerade der Mainstream ist oder von dem sie vielleicht glauben, dass es irgendwie sie erfolgreicher machen könnte oder dass es halt gut ist. Wie findet man da seine Positionierung so am besten? Es gibt zwei Betrachtungsweisen sozusagen von dieser Positionierungssuche. Die eine ist natürlich, wenn man sich jetzt seine Instagram- oder Facebook-Freundesliste anguckt und einfach mal nachdenkt, wie viele Leute kenne ich denn am meisten aus einer gewissen Musikrichtung? Ja, wo könnte ich super schnell einfach direkt in Kontakt treten, ohne mich jetzt auszukennen mit AdWords, mit Facebook-Werbung, mit Instagram-Werbung und dem ganzen Kram, was halt marketingmäßig auch zum Teil echt ein bisschen komplexer dann natürlich wird. Wo könnte ich mit Leuten einfach Kontakt aufnehmen? Wo könnte ich hergehen? Können für Leute schon mal Demos oder ganze Produktionen machen? Wo ist sozusagen jetzt ganz organisch, ganz natürlich so eine gewisse Basis vorhanden? Das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Betrachtungsweise. Also wo komme ich selber her musikalisch? Hat ja damit oft auch was zu tun. Bei mir war es ein bisschen, ich kam genau wie du sagst, so aus diesem Rock-Bereich, wobei eher, ich sage mal, aus einem melodischeren Rock-Bereich. Das wäre auch, ich sage mal, wenn ich jetzt nur der Leidenschaft gefolgt wäre, wäre das eigentlich auch so mein Wunschbereich gewesen. Ich hatte damals einen sehr, sehr, sehr guten Marketing-Mentor. Der hat damals für Audi, hat er die ganzen Head-Kampagnen im deutschsprachigen Raum gemacht. Und der meinte halt immer, währt in einem kleinen Teich der große Fisch. Ja, das war immer so sein Merksatz sozusagen. Und mit ihm habe ich dann auch so ein bisschen Zielgruppen-Analyse und so gemacht. Und wir haben damals ein bisschen festgestellt, das ist jetzt auch 12, 13 Jahre her, zwei Musikrichtungen, wo es sehr interessant ist, businessmäßig auch was zu machen, wäre entweder der ganze Schlager-Bereich gewesen, weil du da eine super treue Fan-Bindung hast. Die Leute kaufen da wirklich CDs auch noch und reisen den Leuten hinterher. Aber das Gleiche gibt es auch im, ich sage mal, im alternativeren oder härteren Segment im Metal-Bereich breitgesprochen. Ja, da ist halt das Wacken-Festival, wo Leute von der ganzen Welt her kommen, sich teure Flüge kaufen. Und das so ein Main-Event ist, da wird Vinyl noch verkauft, da werden CDs auch noch massiv verkauft und so. Touren werden zum Teil sehr, sehr gut bezahlt. Und bei mir war es dann so ein bisschen so ein kleiner Übertrag. Ich bin so ein bisschen weg aus diesem melodischen Rock, bin dann wirklich sehr heftig so in diese Metal-Szenerie dann abgetaucht. Es war schon ein kleiner Quereinstieg, aber natürlich mit gewissen Ähnlichkeiten. Da kannte ich auch viele Leute, eben auch von eigenen Bands und Ähnlichem und habe dann da geschaut, eben richtig, richtig gut zu werden. Ich war auch in den USA ein paar Mal, habe da Praktika bei guten Leuten gemacht, um letztlich so diese amerikanische Sound-Ästhetik auch mit nach Deutschland zu bringen. Und das war dann, ich würde sagen, so der klare Wendepunkt endlich. Du hast ja gerade gesagt, du hast Marketing von jemandem gelernt, der da auf jeden Fall so als dein Mentor agiert hat und bist halt auch nach Amerika gegangen. Natürlich ist Pitchback-Consulting, glaube ich, für die Tonstudio-Betreiber, die hier gerade zuhören, auf jeden Fall ein sehr guter Ansprechpartner als Mentor. Aber hast du darüber hinaus vielleicht auch noch Tipps für Leute, die jetzt selber keine Tonstudio-Betreiber sind, wie die vielleicht in ihrem Bereich so einen Mentor finden können? Hast du direkt danach gesucht oder war es eine zufällige Begegnung? Also ich habe tatsächlich, ich würde sagen, über die Jahre hinweg immer wieder versucht, Mentoren für jeweilige Themen zu finden. Also ich habe immer geschaut, wer sozusagen in einem gewissen Thema einfach ein guter Ansprechpartner ist. Und für mich das wichtigste Kriterium, gerade in diesen ganzen Business-Themen, war immer, dass jemand nachweislich schon das erreicht hat in dem jeweiligen Bereich, wo ich vielleicht irgendwann mal hin möchte. Ja, oder wo vielleicht so ein Wunschbereich ist. Das war für mich immer das Hauptkriterium bei der Auswahl, weil ich meine, das kennt jeder, wenn man auf Instagram, auf TikTok, auf Facebook unterwegs ist, es gibt echt viele Laberbacken. Ja, also sehr viele so Dampfplauderer, die erzählen ganz, ganz viel, wie wichtig dies und jenes ist. Und dann checkst du so die Biografie von denen und merkst einfach, dass sie in diesem Bereich noch nie was gerissen haben, außer einfach nur ein Coach in dem Bereich zu sein. Und das wäre jetzt etwas, wo ich persönlich Abstand von nehmen würde. Ja, ich soll jetzt nichts allgemein über die Kompetenz von den Leuten aussagen, aber ich bin da sehr pragmatisch. Ja, also wenn jemand, wenn ich einfach weiß, okay, der ist diesen Weg echt schon gegangen, hat da ja gewisse Milestones sozusagen erreicht, wo ich auch irgendwann mal hin möchte, dann ist das ein guter Ansprechpartner. Man muss natürlich schauen, wie man dann an so Leute rantritt. Cool ist dann immer eben ein gewisses Kontaktnetzwerk natürlich zu haben oder wie es bei uns jetzt der Fall ist, eine spezialisierte Unternehmensberatung sich dann zum Beispiel zu wenden. Heißt nicht, dass da jeder, also bei uns kann auch nicht jeder einfach sozusagen rein und anklopfen und onboarden. Also wir checken schon mit den Leuten sehr genau, ob die an einem guten Startpunkt sind, ob der Zielpunkt realistisch ist, in welchem Zeitraum wir den auch wirklich erreichen können. Und ich sage mal, im Künstlerbereich ist das jetzt auch ein Thema, was sich mehr und mehr aufbaut. Also es gibt mehr und mehr echt gute Agenturen oder Einzelberater in dem Bereich auch, wo sich so langsam echt wirklich was tut, weil ich sage mal, finanzieller Rückfluss als Künstler ist ja auch ein Riesenthema. Ja, weil es bringt ja nichts, die krassesten Studioaufnahmen zu machen, alles für Musikvideos und so weiter zu verpulbern. Wenn es dann einfach nur rumliegt und das Video 2000 Views bei YouTube hat, da ist keinem geholfen. Es geht ja wirklich darum, Ziele zu erreichen. Und wenn man da selber so ein bisschen an sein Limit kommt oder einfach merkt, hey, ich möchte es in kürzerer Zeit erreichen, kann ich jedem empfehlen, da ein bisschen die Augen offen zu halten und danach den richtigen Leuten zu schauen, die einem da wirklich weiterhelfen. Klar. Okay, aber einen konkreten Namen kennst du jetzt da nicht, den du, wo du sagen kannst, das ist so ein... Also ich kann auf jeden Fall für die Shownotes, suche ich dir mal den einen oder anderen Kontakt dann schon mal raus und dann können wir das auf jeden Fall noch anfügen. Okay, schaue ich mal. Vielleicht informiere ich mich da vielleicht als nächsten Podcast-Gast. Okay, also für mich gab es so ein richtiges Aha-Erlebnis, als ich von einem Freund von mir auf so ein dreitägiges Verkaufsseminar mitgenommen wurde, weil ich ja auch gar keine Berührungspunkte mit dem ganzen Verkaufsthema hatte und da ging es natürlich viel um Positionierung, wo wir gerade eben schon drüber geredet haben. Aber was neben der Positionierung auch total wichtig ist, ist Bedarfsanalyse. Und das war so ein Begriff, der ist mir davor noch nie irgendwie über den Weg gelaufen und ich dachte mir so, hä, okay. Aber als ich es dann dort gehört habe, ist es mir so wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich hatte immer so Probleme mit Kunden gehabt, dass die immer nur so über den Preis verhandeln wollten und nicht wirklich über die Dienstleistung. Und da würde mich halt auf jeden Fall interessieren, kannst du mal vielleicht kurz erklären, wie so eine Bedarfsanalyse aufgebaut ist? Was ist das überhaupt für die Leute, die genauso wie ich davor diesem Seminar gar keine Ahnung haben, was das überhaupt ist? Und wie kann es Produzenten dabei helfen, nicht nur über den Preis zu reden, sondern eben über die Leistung? Genau, im Prinzip ist es ja der Punkt, wenn wir das am Beispiel von einem Tonstudio jetzt mal betrachten, ein Künstler oder eine Band, die jetzt zu dir kommt als Produzent, die hat natürlich, erst mal ist sie interessiert an einer Primärdienstleistung. Primärdienstleistung ist jetzt einen geilen Sound zu erhalten oder vielleicht Hilfe noch beim Songwriting, also einfach mit geilen Songs raus zu spazieren. Aber deren Bedarf oder deren wirkliches Ziel geht ja weit drüber hinaus. Die wollen ja nicht irgendeine Karteileiche erschaffen, die dann niemand anhört und niemand damit irgendwas anfangen kann, sondern es geht wirklich immer darum, wenn ich einen Bedarf analysiere, rauszufinden, was ist denn das eigentliche Ziel von euch? Ja, wo wollt ihr denn damit hin? Wollt ihr in einem halben Jahr die Möglichkeit haben, in einem Nightliner rumzufahren? Ja, wie es viele unserer Kunden tun, geile Festivals zu spielen, einfach wirklich eine gewisse Größe oder ein gewisses Gewicht in eurer Szene zu erreichen? Oder ist das Ganze mehr ein bisschen ein erweitertes Hobby? Ja, weil wenn es das ist, sage ich den Leuten direkt, ey, das ist viel zu teuer, was wir machen. Wir sind Aston Martin, wir sind nicht irgendwie Honda. Also wir können euch eine Weltklasse Produktion machen, aber für euren Zweck ist das völlig over the top. Aber Leute, die wirklich was reißen wollen, die wirklich sagen, alles klar, wir wollen wirklich Gas geben, wir wollen vielleicht irgendwann so eine Größenordnung von euren größten Kunden auch erreichen. Da ist es ganz klar, über den Bedarf eben ausführlich zu sprechen. Und das machen wir bei uns tatsächlich auf mehreren Stufen sozusagen. Also beim Pitchback-Consulting ist es zum Beispiel so, dass wir einen dreistufigen Bewerbungsprozess haben. Die erste Stufe ist letztlich einfach erstmal ein Formular, wo die Leute ein bisschen was über sich erzählen. Was wir als ersten Step überhaupt rausfinden, ist es die Zielgruppe und besteht überhaupt dieser Bedarf an der Dienstleistung? Also sind wir überhaupt der richtige Ansprechpartner? Können wir da helfen? Zweiter Step ist dann ein kostenfreies Vortelefonat, wo wir den Leuten sehr ernsthaft halt Fragen stellen und wirklich wissen möchten, wo die konkret stehen, was deren ganz genauen Wünsche und Ziele sind. Da sind auch hier und da, es gibt es ja auch bei Künstlern, werden auch Ziele genannt, die komplett unrealistisch sind. Und auch da ist es so, es gibt viele Internet-Marketer, die erzählen einem das Blaue vom Himmel, sagen, ja klar, das erreichen wir, das ist gar kein Problem und in drei Wochen bist du so groß wie Beyoncé und das ist gar kein Thema und keine Ahnung was. Klar gibt es das alles, ja. Aber wie gesagt, ich bin für sowas, ich bin ein sehr pragmatischer Mensch, ich arbeite halt gern mit realistischen Vorgaben. Und wenn ein Studiobetreiber kommt, sagt er, ich verdiene momentan so, keine Ahnung, 800 Euro im Monat, ich möchte aber gern richtig davon leben, sage ich, was heißt denn richtig davon leben? Wie viel brauchst du denn im Monat? Und bis wann soll das aufgebaut werden? Und wenn er sagt, ich muss in zwei Monaten meine 10, 15k im Monat verdienen, sage ich, ja, das werden wir aber nicht schaffen. Das wird nicht funktionieren. Ich kann nicht zaubern so. Ich kann dir ein richtig, richtig geiles Business-Konzept aufbauen. Wir können das wirklich mit Hand und Fuß bauen, ja. Und wir werden es schaffen, dass du in einem Jahr dann deine, weiß ich nicht, 4.000 oder 5.000 Euro verdienst, ja. Weil das machen wir planbar. Und das machen wir mit sehr, sehr vielen Leuten, haben wir das schon gemacht. Aber wie gesagt, man braucht einen Zeitrahmen und man braucht ein realistisches Ziel. Und diese Bedarfsanalyse, der letzte Step sozusagen ist dann, dass man wirklich eine komplette Strategie miteinander aufbaut. Das ist bei uns immer so der letzte Step. Und wenn ich da wirklich merke, die Strategie macht richtig Sinn und wir haben wirklich genau das Richtige für denjenigen sozusagen an den Start gebracht und damit werden wir das unter ziemlicher Garantie, wenn er gut mitzieht, auf jeden Fall erreichen, erst dann machen wir ein Angebot. Erst dann sagen wir, alles klar, auf der Basis gucken wir uns das jetzt an und das wird so und so konkret aussehen, so und so viel Zeit brauchen wir dafür. Das ist der Price Point des Ganzen. Und dann trifft man zusammen eine Entscheidung, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Und genau, bei Künstlern oder auch bei Producern ist es eben so, wenn die sich auch letztlich an jemanden wenden oder so, eine Bedarfsanalyse kann ja auch sein, wenn du dich bei einem Label bewirbst, die meisten Leute gehen immer von so einer Ich-möchte-möchte-möchte-Seite aus. Die sagen, ich möchte aber von euch dann Promo haben, ich möchte das haben und fragen sich gar nicht, was bringe ich denn den Leuten überhaupt mit, dass ich gerade interessant für die bin. Deswegen baut doch selber erst mal ein bisschen Social Media auf, baut doch selber mal ein bisschen eine Personenmarke auf, zeigt das den Leuten, sagt dem Label, ey, das habe ich schon selber alles erreicht, was könnte ich denn mit eurer Hilfe zusammen erreichen? Können wir da eine gute Partnerschaft haben auf Augenhöhe? Und so macht man sich dann sehr interessant und so analysiert man auch einen Bedarf des Labels, ob die wiederum Bedarf an einem selber haben und ob die selber den eigenen Bedarf decken. Und ich finde, im Bereich Business ist das ein ganz wichtiger Skill. Denen gilt es a zu lernen und danach zu üben und dann ein Leben lang weiter zu üben. Man wird besser da drin, aber das ist was ganz Zentrales. Absolut. Okay, also ich fasse nochmal kurz zusammen oder packe das nochmal so in das Beispiel eines Produzenten, der jetzt sagt, hey, okay, ich mache jetzt hier beispielsweise Rap-Mixing und dann kommt halt jemand an, wo man halt merkt, der schickt einem Fotos, könnte sein, dass das mir schon mal passiert ist und der hat jetzt sein Mikrofon hier so an so einer Tischplatte befestigt und das ist so ein 20-Euro-USB-Mikrofon von Amazon und der fragt halt nach einem Mixing. Wenn man halt weiß, okay, was die Positionierung ist und was der Preis ist, dann glaube ich, kann man da auch direkt von Anfang an ehrlich sein und den Leuten vielleicht noch einen guten Tipp mit auf den Weg geben, so dass sie sagen, hey, okay, der war halt nett, der hat trotzdem irgendwie mir weitergeholfen, auch wenn er direkt klar und deutlich gesagt hat, okay, das ist jetzt halt irgendwie zu teuer und ich glaube, da schafft man es auch gleichzeitig für einen selbst, sich eben nicht die Kunden ranzuholen, würde ich aus eigener Erfahrung auch so sagen, die halt eben dann genau diejenigen sind, die dann halt bei dem Preis rummausern oder die dann halt vielleicht auch Probleme machen, weil für die vielleicht 150 Euro jetzt beispielsweise für einen Mix total viel Geld ist, aber für einen selbst als Produzent denkt man sich so, okay, 150 Euro, was ist das? Das ist nichts für einen Mix, so gefühlt. Und dann fangen die Leute aber halt an, eben im Nachhinein dann zu sagen, ja, die wollen halt 10.000 Revisionen haben und deswegen ist es unheimlich wichtig, auch so diese Bedarfsanalyse zu führen. Das führt halt dazu, dass man deutlich, glaube ich, selektiver bessere Kunden hat und auch langfristig gesehen eben lukrativere Kunden. Genau. Und für alle, die jetzt sagen, hey, Mensch, jetzt macht es irgendwie auch total Klick bei mir, ich habe auch noch nie vorher davon was gehört, aber klar, das scheint total Sinn zu ergeben, dann meldet euch doch mal. Und zwar geht ihr dazu auf beatmaking.de slash pitchback und tragt euch dort ein zu einem kostenlosen Strategiegespräch und dann wird sich da jemand melden und dann könnt ihr mal drüber reden und schauen, ob das vielleicht auch was für euch wäre. Gut, du hast ja gerade eben auch schon das Thema Social Media kurz angesprochen, sich selbst eine Social Media Präsenz aufzubauen. Und Social Media ist ja heute so ein Thema, da kommt man halt nicht dran vorbei. Labels sagen zu Künstlern, hier hast du hier schon deine fünf Reels gepostet und so. Das ist halt einfach ein Thema, was immer wichtiger wird. Und wir versuchen auch gerade so ein bisschen so einen kleinen Kurs zu machen und da Künstlern halt zu sagen, okay, was die machen, weil häufig kommen Künstler zu uns oder zu mir und sagen so, hey, okay, ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll. Ich will mich nicht zum Affen machen. Ich will nicht irgendwie tanzen oder so. Und was denkst du, wie kann man mit Social Media anfangen, wenn man gar keine Anhaltspunkte hat? Hast du da einen Tipp, wenn man so sagt, man weiß gar nicht, was man posten soll? Ja, also das startet ja auch bei der Positionierung. Also durch die Positionierung habe ich ja erst mal die Klarheit, für was stehe ich selber überhaupt? Ob das jetzt, oder ich mache es mal am Beispiel vom Tonstudio. Das Tonstudio bin ich jetzt spezialisiert auf dem Bereich Hip-Hop. Ich biete da Vocal Recordings, ich biete Mixings und Masterings an. Dann ist erst mal klar, für welche Zielgruppe mache ich das? Was ist konkret meine Dienstleistung? Und auf jeden Fall auch, was ist der Benefit von den Leuten, das bei mir zu machen? Ja, der Benefit ist zum Beispiel, du kommst mit deinen Sachen zu mir und wenn wir fertig sind, ist es so geil, dass es klingt wie die Künstler, die du selber feierst und du kannst in Playlists zum Beispiel dann reinpitchen und da vielleicht landen. Und da hast du nicht eine schlechtere Soundqualität oder die viel leiser ist oder unausgewogen gemixt ist, als jetzt bei deinen Lieblingsartists. Also das wäre jetzt ein konkreter Rahmen sozusagen des Ganzen. Und auf diesem Rahmen basiert ja dann letztlich die Außenkommunikation. Also wenn ich jetzt anfange zu posten, ist dann schon mal klar, wen ich anspreche. Hey, liebe Hip-Hop-Artists, ihr struggelt auch selber damit, ein geiles Mikro zu finden, das sowohl preislich irgendwie leistbar ist, auf der anderen Seite eine geile Qualität hat. Hier habe ich drei richtig geile Tipps für euch. Und bumm. Hier hat man ein richtig fettes Reel, was einen richtig geilen Mehrwert bietet und was man, ich sage mal, in diesem, das nennt sich Inbound-Marketing. Inbound-Marketing bedeutet, ich bin sozusagen der Ausgangspunkt und durch die Art, die ich poste, ziehe ich die richtigen Kunden an mich heran. So eine Art Sogwirkung baut man auf. Und um diese Sogwirkung, dann lässt sich in echte Anfragen zu verwandeln, braucht man einen CTA, einen Call-to-Action. Call-to-Action würde in so einem Beispiel dann jetzt bedeuten, dann gebe ich dann den Mehrwert und erkläre hier das Mikro und zeige den Leuten, ob die das kaufen können, wie man das genau aufstellt. Hey, wenn du jetzt deinen Mic hast, was Cooles gelernt hast, aber möchtest, dass dir das jemand auf einem richtig, richtig hohen Niveau mixt, kannst du dich hier bei mir einfach über eine Kurznachricht melden. Ich würde mich freuen, mal kurz mich mit dir auszutauschen. Dann können wir checken, ob das Ganze passt, ob das funktioniert. Und dann kann ich dir ein paar Tipps mit auf den Weg geben und auf der anderen Seite können wir schauen, ob hier eine Zusammenarbeit vielleicht funktioniert. Das wäre ein Call-to-Action. Das ist etwas, was viele Leute einfach weglassen. Das heißt, die machen dann vielleicht einen ganz guten Post, aber der führt sozusagen nicht zu einem Signal, dass die Zielgruppe dann irgendwie sagt, okay, jetzt habe ich irgendwie einen guten Grund, demjenigen eine Nachricht zu schicken oder da ins Gespräch zu gehen. Das heißt, man arbeitet mit diesen CTAs. Damit würde ich es nicht übertreiben. Wir wollen keinen Home-Shopping-24-Kanal aufbauen, sondern es soll immer noch ein normales Profil sein, dem Leute gerne folgen. Ich würde auf jeden Fall immer ein bisschen Personality zeigen. Ja, also wenn man irgendwie, was weiß ich, als Artist noch Sport macht, sich fit hält, einen coolen, interessanten Urlaub macht oder, keine Ahnung, seinen Backdrop-Banner gerade selber besprüht und gestaltet, sowas würde ich immer auf jeden Fall mit begleiten. Also so ein bisschen hinter die Kulissen führen, eben so eine menschliche Komponente reinbringen und am Ende des Tages eben, wie gesagt, sich diesem roten Faden treu bleiben. Immer zu wissen, für wen poste ich was, aus welchem Grund mache ich das und wenn diese Fragen positiv beantwortet werden, empfehle ich immer, einen Posting-Plan zu machen. Zum Beispiel einmal die Woche sich hinzusetzen, zu sagen, okay, ich poste dreimal die Woche, das heißt, ich bereite jetzt drei Posts schon mal vor, muss ja nur noch abschicken, egal, ob der Tag dann stressig ist oder vielleicht man was anderes zu tun hat, das ist einfach schon vorbereitet. Man kann das direkt aus dem Ordner ziehen, den Text copy-pasten und dann steht das Ding und es geht dann wirklich darum, konsequent zu sein und das einfach komplett durchzuziehen. Und man wird sehen, dass das eine ganze, ganze Menge bringt, wenn man das so macht, auf die Art und Weise. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch meine persönliche Erfahrung, aber auch die Erfahrung von Leuten, mit denen ich zum Beispiel in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe. Da ist zum Beispiel ein Künstler, der hat angefangen, vor ein paar Monaten einfach täglich live zu gehen auf TikTok und er hat halt davor hunderte Euro ausgegeben für Werbeanzeigen und hat es da auch auf seine 10.000, 15.000 monatlichen Hörer geschafft. Aber jetzt ist er halt auf seine 6.000, 7.000, 8.000 monatliche Hörer, was zwar deutlich weniger ist, aber alles komplett organisch, ohne einen Cent davor auszugeben und das Ganze wächst natürlich und dann in gewisser Art und Weise auch irgendwann exponentiell, weil die Algorithmen der Social-Media-Plattform dann anspringen. Das ist eine Sache, da, glaube ich, braucht man einen sehr langen Atem, aber es ist auch immer gut zu wissen, für was man steht. Das ist gerade bei vielen Künstlern, die so Nachwuchskünstler sind, da sehe ich halt immer wieder das Problem, die machen dann jetzt beispielsweise Rapper einen krassen Straßensong, als nächstes ein Liebestrack und als nächstes gehen sie in so eine Party-Richtung und dann wissen sie selber eigentlich gar nicht, für was sie stehen. Aber wenn ich zum Beispiel weiß, ich bin jetzt eher so der Rapper, der die ganze Zeit poppige Songs macht, dann weiß ich ja auch, okay, meine Zielgruppe sieht so und so aus und weiß wahrscheinlich, dass ich jetzt nicht irgendwie über politische Themen rede in meinen Reels oder auf Instagram oder so, sondern ich sollte halt eher dann, ja, keine Ahnung, über Date-Ideen oder so etwas reden oder sowas aus meinem Leben zeigen oder so eine Story erzählen. Yes, fand ich sehr schön, auf jeden Fall zusammengefasst. Ich glaube, da können viele Produzenten, aber eben auch Künstler was mitnehmen und haben da schon mal einen ersten Input so bekommen. Wir haben ja gerade auch über Inbound- und Outbound-Marketing geredet beziehungsweise nur über Inbound-Marketing und das Outbound-Marketing ist ja auch eine Sache, die es auf Social Media gibt, was ja dann quasi Werbeanzeigen wären, richtig? Absolut, ja. Also die zählen dazu, ja, genau. Genau und jetzt meine Frage, ab wann denkst du, ist es sinnvoll, denn Werbung auf Social Media zu schalten? Also als Tonstudio würde ich jetzt mal ganz klar sagen, es ist immer sinnvoll, ich bin großer Fan davon, erstmal Inbound-Marketing so zu beherrschen. Das zeigen wir auch unseren Kunden sehr exakt oder begleiten die dabei, um damit erstmal seine grundsätzlichen finanziellen Ziele zu erreichen. Also zu uns kommen, wie gesagt, Leute, die das wirklich im Hauptberuf machen möchten, die sind vielleicht auch schon junge Familienväter und müssen das Haus noch abbezahlen, also müssen schon gewisse Kosten natürlich gedeckt werden und wir schauen immer, dass wir es erstmal so aufbauen, dass es über Inbound-Marketing alles gedeckt ist, um uns so ein bisschen unabhängig von diesen ganzen, ich sag mal, ja, also Algorithmen und letztlich wie, ja, wie Werbeanzeigen manchmal funktionieren. Es ist tatsächlich so, dass Werbeanzeigen in den letzten paar Jahren teurer geworden sind. Ja, die sind immer noch sehr, sehr attraktiv, wenn man weiß, wie man es tut. Also man kann immer noch aus einem Euro fünf bis zehn Euro zurückgenerieren, was immer noch brutal viel ist im Vergleich zu früheren alten Werbemethoden wie Radio-Marketing, Kino-Marketing, was es eben so gab. Es ist noch sehr, sehr attraktiv. Ich würde aber immer davon abraten, das aus dem aktiven Cashflow zu nehmen, sondern wir bauen mit den Leuten, wie gesagt, erstmal einen Überschuss auf über Inbound-Marketing und sobald der erreicht ist, kann man sich davon immer bequem einen gewissen Prozentsatz als Werbebudget einfach wirklich zurücklegen und dann sagen, okay, ich habe jetzt diesen Monat, habe ich jetzt hier, weiß ich nicht, die 800 Euro weggelegt, das ist gar kein Problem, alles ist perfekt bezahlt und damit geben wir jetzt Gas und fangen quasi an, das Ganze aufzubauen. Bei Werbung ist es so, dass man sich erstmal in gewisse Testphasen begibt, viele Split-Tests macht, einfach viel rumprobieren muss, auf welche Art und Weise die Werbung sozusagen nach außen funktioniert, mit welcher Bildsprache, wie die Copy, also der Textkörper quasi gut funktioniert, Überschriften spielen auch eine große Rolle und da sozusagen muss man sich dann so ein bisschen ranpürschen, würde ich eher so als zweiten Step insgesamt sehen. Ja, also natürlich richtig geil, das machen wir auch selber im Studio, dass man beide Marketing-Methoden immer parallel dann quasi feuert, also damit kann man richtig, richtig nice was aufbauen, also da kann man schon wirklich sehr gigantische Ergebnisse erreichen, aber das geilste Gefühl ist ganz ehrlich, wenn man es ohne einen Cent Werbeausgaben schafft, einfach schon mal in einen richtig fetten Umsatzbereich zu kommen, weil ganz ehrlich, man hat dann die Garantie, niemals mehr im Leben pleite zu gehen, das kann nicht passieren, weil man selber weiß, wenn ich mal einen schlechten Monat habe, lag es an mir selber, ich war entweder nicht fleißig genug oder habe eben die normalen Tagesaufgaben so nicht gemacht, und wenn man dann noch Paid-Advertising dazu nimmt, dann kann man das Ganze wirklich ordentlich nach oben skalieren, definitiv. Ja, ich glaube, das ist so ein Fehler, den auch der eine Kunde von mir gemacht hatte, er hat halt direkt angefangen mit Werbeanzeigen und er hat sich natürlich total darüber gefreut, weil er hat halt die monatlichen Hörer und so dann gehabt, aber die haben natürlich auch, wie wir alle wissen, Spotify zahlt nicht so viel, nicht das Geld wieder reingebracht, was die Werbeanzeigen gekostet haben und er musste dann halt natürlich sehr viel aus eigener Tasche zahlen und irgendwann war das halt nicht mehr da und dieses Modell wurde nicht mehr aufrechterhalten. Da macht es natürlich schon total viel Sinn, wenn ich mir erst mal eine eigene Einkommensquelle aufgebaut habe, so wie er das jetzt zum Beispiel über TikTok-Livestreams macht und wenn da die Leute Geld spenden und da kommt Geld rein und dann das Ganze noch größer machen, indem man dann die Werbeanzeigen schaltet. Ich habe oft gehört, dass so eine direkte Werbung auf so kostenpflichtige Inhalte wie jetzt beispielsweise ich bewerbe jetzt, ja hier mein Mixing kostet so und so viel oder mein Kurs oder beispielsweise auch mein Beat-Paket oder mein Album, dass das nicht so gut funktioniert und weniger Conversions erzielt, wie er erst mal so ein kostenloses Produkt oder Newsletter und so weiter und so fort. Wie siehst du das? Würdest du sagen, es stimmt oder sagst du, es kann auch durchaus Sinn machen, direkt eine Dienstleistung zu bewerben? Der Facebook-Algorithmus ist primär ausgerichtet, das siehst du auch an dieser Conversion-Messung, also du musst ja innerhalb von sieben Tagen 40 Ergebnisse erzeugen, um dann diesen sogenannten Facebook-Pixel richtig anzusteuern, der ist ausgerichtet auf eigentlich Produktverkäufe. Ja, also grundsätzlich geht es da, ist der sehr optimiert auf das Thema Produkt, sprich du hast einen Online-Shop, du willst da direkt was vertreiben, auch nicht unbedingt im Hochpreissegment, das heißt, wenn du A auf eine Dienstleistung switchst und B auf eine Hochpreis-Dienstleistung, ist es schon ein sehr spezielles Szenario, wo es viele Sachen zu beachten gibt. Ja, deswegen fängt man da an, sogenannte Funnels zu bauen, also ein Funnel ist wie ein Trichter, dass erstmal oben relativ viele Leute aus der Zielgruppe quasi voraktiviert werden und unten sozusagen am untersten Punkt so dieses Filter-Trichters ist es so, dass dann da wirklich einzelne hochqualitative Anfragen raustropfen. das ist eine Sache, das kannst du dir so ein bisschen wie so eine Programmierung oder wie eine Architektur vorstellen. Und das war für mich mit Abstand der anspruchsvollste Bereich, den zu meistern. Den finde ich sehr, sehr, sehr schwierig. Wann war das? Vorletztes Jahr habe ich den Two Comma Award dafür gewonnen, wo ich sehr happy mit bin. Das heißt, ich habe einen einzelnen Funnel gebaut, einen einzelnen Trichter, der über eine Million Euro netto erzeugt hat, wirklich mit einer Anzeige, mit einem System sozusagen. Und ja, da habe ich aber viele Jahre dran getüftelt sozusagen, bis man es dafür so hin optimiert hat. Also ich kenne mich sehr gut aus. Ich habe sehr, sehr viel Geld in Werbung investiert. Das meiste ging am Anfang hart schief, weil der Algorithmus darauf nicht ausgerichtet ist. Aber unseren Kunden zeigen das natürlich direkt, wie man es richtig macht, wie man vernünftig Split testet, wie man vernünftig den Pixel einbindet, wie Zielgruppen funktionieren, wie Budgets funktionieren, wie überhaupt das System von Werbeanzeigen an sich funktioniert, was vielen Leuten nicht so ganz klar ist. Und ich denke, wenn man da die Expertise aufbaut, da dann etwas experimentierfreudig ist, vor allem Spaß dran hat, die Zahlen oft auszuwerten und einfach gut rauszulesen, dann kann man da schon sehr, sehr viel aufbauen noch. Definitiv. Ja, ich glaube auch, das ist ein sehr guter und wichtiger Punkt, sich da auch am Anfang jemanden zu suchen, der einen da kompetent berät und der einem das halt kompetent zeigt, weil ich glaube, sonst verbrennt man sehr viel Geld mit Werbeanzeigen, wenn man halt eben keine Ahnung hat, was AB-Splittesting ist. Wieso soll ich fünf verschiedene Versionen meiner Werbeanzeige machen? Verstehe ich nicht, ich mache einfach eine und sage hier so, alle Zielgruppen, egal, Alter, maximales Budget und gib ihm. Exakt. Ja. Gut, dann als letzte Frage, die nochmal so ein bisschen eher gezielt auf Künstler ist, die ich zu dem Thema Social Media habe, ist, ob du vielleicht Erfahrungen gemacht hast oder einen Tipp hast für Musiker, welche Plattform es denn neben dem Streaming gibt, was ja gar kein so wirkliches Geld erzielt, gerade als kleiner Künstler, die man halt nutzen kann für ein Einkommen. Also was jetzt, was jetzt Künstler-Marketing und so weiter betrifft, ich würde halt immer schauen, welche Plattformen geben mir den meisten Reichweiten-Boost. Ja, und das wechselt auch manchmal so ein bisschen. Also was nach wie vor ganz attraktiv ist, sind Instagram-Stories und Reels. Die werden noch relativ gut organisch gestreut und was momentan da ordentlich dran vorbeigeschossen ist, ist auf jeden Fall TikTok. Also TikTok ist schon, wenn man da, ich sag mal, ein gutes Künstlerprofil aufbaut und da wirklich Gas gibt und da die Zielgruppe gut anspricht, hier und da einem auch mal ein virales Video gelingt, da habe ich immer wieder bei meinen Künstlern einfach auch gesehen, das war schon echt heftig. Also was sie auch ohne Werbebudget und so aufgebaut haben, war schon ziemlich krass. Aber ich denke auch auf Instagram, wie gesagt, gerade wenn man gut mit Storys oder mit Live gehen arbeitet, alles, wo die Plattform sozusagen eine höhere Kundenbindung erfährt. Die Plattform hat ganz viele Werbepartner und denen müssen immer so Berichte vorlegen, wie viel Zeit die Leute auf der Plattform verbringen und alles, was man tut, was Leute länger auf der Plattform bindet, wie zum Beispiel live zu gehen, dann gucken die Leute zu und sind auf der Plattform, macht es für die Plattform attraktiver, das heißt, die streuen das dann entsprechend breiter oder Reels oder Videos und sowas. Das heißt, wenn man eben Content produziert, also ein bisschen, ich sage mal, das Plattforminteresse mit im Hinterkopf behält, da kann man schon das taktisch ganz gut ausspielen und da gut Gas geben und auch viral gehen. Okay, das war es gewesen mit dem Kapitel Social Media und auch mit allen Fragen, die ich soweit vorbereitet habe. Dann bedanke ich mich an der Stelle auf jeden Fall schon mal recht herzlich bei dir und möchte eigentlich nur noch von dir wissen, ob du vielleicht noch was hast, was du gerne den Hörern mit auf den Weg geben möchtest. Ja, danke erstmal für die Einladung, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt was Cooles schon mal gelernt oder ein paar erste gute Impulse mitnehmen können. Wie gesagt, dann alle Producer und Studio-Betreiber habt ihr den Link eben schon gehört, beziehungsweise es taucht mit Sicherheit in den Shownotes auch auf, können wir uns gerne mal persönlich unterhalten, gucke ich mir gerne eure Studiosituation auch mal an und wünsche euch aber allen Artists und Künstlern ganz, ganz viel Erfolg. Bleibt dran, glaubt an euch, zieht richtig durch und ihr könnt da was Geiles aufbauen, definitiv. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und wenn ihr den Podcast bis hierhin gehört habt, dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und wenn ihr das Video auf YouTube seht und noch nicht abonniert habt, dann holt es auf jeden Fall nach und dann sage ich bis dahin, macht's gut, bis bald und ciao. Ciao.